Jupp. Concentors Case. Yay. Yay, Barbecue Case. Weiß jeder sein Team? Ja, ich weiß es. Geht das auch wieder mit Covid-19 so? So, wie viele sind das? Eins, zwei, drei, zwölf. Seit jeder kriegt wieder zwei. Okay. Egal welche. Haben die das aber, glaube ich. Ah, ich hab schon die Hälfte dabei. Good luck. Und wir... Probieren die andere zwei Boxen. Machen wir mal eine Gemeinde wieder. So, sind die wieder verdonnert, oder? Ja, die... Die Packs, ja. Okay, also, viel Glück. So, wie ist das? So, wie ist das? So, wie ist das? Oh, der ist alles noch schon wieder. So, so wie ist das jetzt noch Actually noch mal. So, wie ist das? Kobi, alles Base? Bei mir auch alles Base. Wie kann das schon so sein? Wie kann das sein? Kann was sein? Base. Alles wieder Base ist. Alles Base. Base, Base. Zweite Kobi Pack. Play of Contenders, Scotty Pittman für die Bulls. Das ist die Marce. Grand Best합니다s Base. Was sind das? Was sind das für家´s Kleck? Kleck. Kleck? Wart ... Was sind das für Glöten? Was kostet ihr es dann auch ohne.. Sind die gratulen? Ich mache drei Packs auf und mache. Marshawn Brooks, Wookiee Fetch. Also für die Nets. Wookiee, wer? Ich mache drei Packs auf und mache. Hallo. Hi. Welches Team? Die Nets. Wer die Nets? Du natürlich. Habe ich damit hier getauscht. Natürlich nicht. Dann kannst du nicht mit auf das Video, das ist mir egal. Das ist mir egal. Nee, das kann man über YouTube holen. LeBron James, Statistical Contenders. Gibt es hier irgendwie... Gibt es hier irgendwie... Variationen? Ja, 1 of 1 auf 5, aber siehst du von vorne auf 7. Ja, siehst du die Species von vorne? Ja, ja. Frontenders, Joaquin. LeBron James, Remando. Für die Nets, Kenny Anderson. John Lawyer. Ohhhh. Julian Stone Autogramm. Für die Nuggets. Für die Celtics, Jojo White. Ja, für die Nuggets. Malt. Mono. Casers. Was hast du denn? Blazers? Anthony Davis, Rookie of the Year Contender. Ja, es ist cool. Wir können nur hier sein, Paul. Nein, das sind sie nicht. Was hast du denn? Was hast du denn? Ja. Rick Smits. Für die Paisos. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Das ist ein Kerstin. Wie viele sind sie da drin? Zwei, drei. Player of Contenders ist Kevin Durant. Ruthie of the Year Contenders Bradley Beal. Oh, oh! Super! Hilf für die Lakers. Wer hat die? Delilah! Was ist die auf 10? Was ist das? Ich weiß es nicht. Wer hat die auf 10? Sag mal, jetzt pack doch mal. Ne, du meinst nicht. Das war schon geil. Wer ist der Raster irgendwie? K-Sip. 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 Du hast was ein schönes von der Blazers und des Nuggets. Wer hat denn die Utah Jazz? Ich nicht, doch, is wohl. Oh, Derrick Faver, Jazz. Wir haben nur hier euch. Oh und nochmal die Jutta Jazz. Alex Burge. Wie du fassest das? Ich hab nur hier noch. Alex Burge. Derek Faver, nice. Kannst du Jazz noch, ja? Ja, die habt ihr ja gestern gewonnen, ne? Ja, soll nicht? Wie ist die, oder? Moses Malone. Legend. Rookie of the Year, Contender, Bradley Beal, San Antonio Spurs, to Duncan, Black, Intel, Milwaukee, Bucks, Doran, Lamb, Autogram, Robert Cherish, Oh, Tyler Seller for the Cavs, OCC, of course. Oh, and for the Dallas Mavericks, I have them too. Jared Culligan, the car. Is that mine? Oh, that's not mine. Is that a special name? No. No, no, it's not bad. For the Rockets. For the Rockets. Gerald Cleveland? Yeah, OCC. Yeah, we'll disappear right now. Sergi Barker, Special Contenders, Statistical Contenders. I have a pack with nothing. Yeah, I already have it. Can you do it? Box number 2, I have no parallel. Rookie of the Year, Contenders, John Hansen. But two Autograms are less than. Four Autograms. Hall of Fame. That's the one I have. Oh, I think the Hall of Fame are the most rare, I think. I'm confused. Go be back. Look it. That's very hard alone. Although, even a thin car can have a pure Autogram. No, the Autograms are all thick. I'm confused. I'm confused. D'anen. There's a lot of rows I get. Legendary Tony Cucos. Ditto. Has no impact on the leash. I won't say the title of my helmet. Do I need to 입. I don't know how the thickness of my helmet. I don't know. Maybe I have a lot of ej alps. Statistical Contenders. Cobs. Ditto to Man300. Ditto, the title of Ditto. Denver Nuggets, Quincy Miller Autogramm, Luke. Rennstern raus, dann kriegst du noch OCC. Oh, New York Knicks, nice. Charles Oakley Auto. Meins. 30 von 99. Cooles Auto. Schick das mal hin. Hall of Fame, Kobe Bryant, nice. Statistical Contenders, Kobe. Vicky Rubio in Space. Wie viele haben wir jetzt? Dion Waiters, Rookie of the Year Contenders. Ah, dammig. Number one of one geht noch. Hat einer mir die Chris Copeland da hingelegt? Nein. Ich hab die, ich hab die. Wo hast du mir hingelegt? Ist gut, weil sonst hätte ich nämlich fünf Autos an der Uni gehabt. Ja, Auto für die Dallas Mavericks, Jake Crowder. Warum hab ich dich gerettet? Ich hab voll viel interessiert. Ich hab die ganze Stadt jetzt auch schon für mich. Barrett Rose, Rookie, Remembers. Statistical Contenders, Russell Westbrook. John Happycheck, insert. noch kein paar mehr. LJs, insert. Was kannst du dir vorstellen? Zweite Worte. Oh, cool. Für die OCC. Für die OCC. Für die Sixers. Arnett Moultrie. Immerhin. Colby. Colby Anthology auf 24. Echt? Na, ey. Jetzt gebe ich einmal die Colby Packs. 24 war 24? Nee. Cool. Aber du brauchst die Colby Packs. Jetzt gebe ich einmal die Packs nicht ab. Oder geben wir die einmal nicht ab. Dann kommen noch zwei Hits raus. Oh. Fricht ist perfekt gewesen. Racistische Contenders. Patrick Ewing. Ricky Rubio. Stucky Bay. Rip, 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 rip. Awww. Auto für die Milwaukee Bucks. Tobias Harris. Nice. Good rookie. Tobias Harris Milwaukee Bucks. An Oscar collector. Schrotti. Wie ist Schrotti? Schrotty Fiffen, ja. Ruby of the Year Contenders, Thomas Robinson, für die Kings. Portland Auto, Will Barton. Blazers, Happy Blazers. Ah, hier. Dicker Redemption. Dicker Redemption ist immer krass. Oh, ein Jersey für die... Oh, cooler Spieler, Marc Chiefer. Reggie Lewis für die Celtics. Oh, fucking geil. Wer hat die Celtics? Substantial... What's of the Atlantic Division? Ja. Substantial Signatures. Card Nr. 25, Gary Neal. Spurs. Oder hast du den Spurs da? Cool. Insert is Hell Guerrier. Okay, das ist eh kaputt. Na, warte ab. Auch wenn ich gar nicht. Ich bin schon ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen. Rookie of the Year Contenders. Thomas Robinson. Obi Norbeis. David Robinson. Aber finde ich komisch, dass wir noch kein Parallel hatten. Oh. Marcus Morris. Rookie Autogramm. Houston. We have a problem. Is that Houston? John Stockton? Ja. Marcus Morris. Yeah. Marcus Morris. Houston. Tim Duncan. Insert. Player Contenders. Orlando Magic. Kyle O'Quinn Autogramm. Oh, mein Erchen. Hey. Und nochmal Orlando. Widerlakers Autogramm hier. Penny Legendary. Darius Morris. Darius Morris. Ja. Ja. Ich denke gerade, es gibt ja auch ein Gold, ne? Bob the Kid. Was? Bob the Kid? Welche Namen sind denn die Namen in Gold oder was? Bob the Kid? Bob. Bob. Bob the Kid. Bob the Kid, ja. Da sind doch normale Packs bei, ne? Weißte Janne. Ja. Ja. Oh, die sind ja auch. Das heißt, das ist der Jersey ever. Für die Raptors. Movie of the Air Contenders, Andre Drummond. Yay. Dre Dre. Oh. Oh, thanks. Oh, thanks. Ah, Alvin Hayes, für die Rockets. Boston Celtics, Bill Russell, Elton Brand, Bulls, oh Mann, ich hab Hummel, ja. HIT! Hast du HIT? Ja, ja. Nö, es ist nur eine 1 auf 1. Nicht? Ja. New Orleans. New Orleans Hornets, Greivis Vazquez, 1 of 1. Du? Echt? Ja sicher, ich hab Hornets. Cool. Juan de Juan. Hobi Brian Bass. Aber ich hab Bass. Ah, Monroe. Sehr cool. Cooler 1 of 1. Kenn ich nicht, das Spiel noch. Oh, wie kacke ist das denn hier? Hat er was? Nee. Aber ich bin nicht. Ich mach schon mal für die Box aus. Ah, der hat auch noch. Ja, Kobi auch schon. Ne? Ja, klar. Ja, Kobi auch schon. Ne? Ja, klar. Ja, klar. Ich hab's noch recht. Kobi, die sind ja 100 Mal. Ja, klar. Ja, klar. Man weiß auch die Tarte. Ja, klar. Peck für OCC. Für mich. Für mich. Zu Holiday. Oh, Auto. Nice. Die 6ers. Sehr cool. Ja, cool. Kobi, Peck. All Base. Dennis, OCC. Ja, ja, losche, oder? Ja, ne? Aber die sind unten genummert. Ich dachte, die oben genummert habe ich. Nicht der Woche. Ja, super süßig. Immer da, wo es bright ist, glaube ich. Aber muss ja unten sein. Ja, der Bob sagt, das zieht der Klüger. Ja, ne. Ich fies auch hin. Jeff Taylor. Rookie Autogramm. Bobcats. Will Barton. Auto für Portland. New York. Bernhard King insert. Der zweite Bone of One ist jetzt. Tristan Thompson Autogramm Cleveland. Tristan Thompson OCC jetzt. Aber es gab keinen Kyrie. Das wundert mich. Robert Robinson. Tobi. Ja, ja. Statistica und Contenders. Rajan Rondo. LeBron James, Rookie Remembrance, Katz, nochmal LeBron James, Gustavo, Ayon, Orlando Magic, Carmelo für die Knicks, Hit für die Orlando Magic, Kylo Quinn, Lavoie Allen, 76ers, Rookie Autogramm, diesmal Guns, oh Redemption, Lavoie Allen, Redemption, Rookie Autogramm, ganz kurz noch, Kevin Durant, insat, Darius Miller für die Nuggets. Okay, ist es Darius Miller? Darius Miller? Darius Miller? Moses Malone Marker Sohl Scobie Lakers Rookie Remembrance Rookie Remembrance Rookie Remembrance Toronto Raptors Charlie Bobcats Yeah I don't know What is that? Rookie Remembrance Oh, for the Bobcats Charlie Bobcats Billy I walk by you What matter, you Rookie Remembrance Lass mir ein paar Hits fällen Rookie Remembrance Rookie Remembrance Derrick Rose Ward Frazier Nix All-Days Brandon Roy Blazers Racistical Contenders Dwight Howard Für die Celtics ein Held, Jared Sollinger, Rookie Auto. Zweiter Anthology Pack für den Dennis. Da haben wir gefragt, aber nur BASE. All BASE. Wo sind die Sachen für den Dennis? Kawi Leonard, Rookie Auto. Ja wirklich? Awesome Rebels, Dicard Rookie of the Year. Kawi! Schon ein guter Hit. Paul Millsap, Jazz, Inter. Redemption, Play of Contenders, John Vipelops. Für Cleveland, Redemption für Cleveland. Echt? Ja. Dann ist es... Entschuldigung. Ab 6 noch mal filmen. Der andere Gar. Dion Waiters. Genau. Dion Waiters. Also Dennis mal im Hitze lande, ne? Ach so, das war ironisch gemein. Wie ist das? Oscar Robertson. Oh, wieder Autogramm. Nur ich hab nichts? Was denn? Zeig mal. Das zweite, schön. Ah, Savage Maps nur. Rookie of Remembrance, Mitch Richmond, Mitch the Bitch. Hallo. Ja. Die sind im Internet. Die sind in deine Garten. Ja, aber unheimlich. So, gern noch was. Ja, ja. females breaken. Das sind dicke, die hier behalten. Das ist nichts mehr. Oh, wieder Lakers. Ho! Lakers! He's nice. Leg is on top, und leg is on the back. Leg is on the top, und leg is on the back! An the bottom. Und leg is in die Mitte. Ja, hier, Kobi Insel. Okay. Dreimal Legas in an back. Ich habe noch gesagt, ich kann die Autogramme sehen, ich muss mich vertrauen. Ich habe einen Parallel für die Rockers, Jeremy Lin, 16 of 25. Das war für mich. Wo bin ich denn noch? Da, 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 da. Bradley Beal. Wo sind die raus? Weg vorne drauf. Unter das über Contenders Logo. Dann habe ich da meine ganze Staple auf neu gesucht. Bill Russell. Anthony Davis. Ich habe die alle so bekommen. Detroit Pistons. Kim Englisch. Rookie Auto. Ich will keinen, Alter. Faugus Hall. Memphis Grizzlies. Faugus Hall. Faugus Hall. Keiner einzige drin, ich bin. Hey! Moses Malone. Playoff Contenders. Dennis Rockman. Für den Bulls. Scheiß. Wes unsold. Unsold. Wes unsold. Wes unsold. Tyler Honeycutt. Rookie Auto. Kings. 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 Die habe ich hier getauscht. Ja, endlich mal. Ja, nicht so ein Retour. Ich bin schon über die 50 Euro. Ja, John Hanson. Nur walking bucks. John Hanson. Oh, schönen Phoenix Autogram. Ja? Meine. Dom Chambers. Dom Chambers. Darrell Dawkins. Oder der andere Danker. Kevin Johnson. Alvin Adams. Ja, gleich. Ah, die sind cool, die Autos. Die sind schön. Oh, Carlos Danfino. Ja, von Base. Nee. Nee. Okay. Redemption. One-on-one. Alter. Ich kann einfach nicht lügen. Das ist ein schlechter Lübler. Rookie Autographs. Part Nummer 244. Oh, oh. Ich weiß, wer das ist. Nee, das ist... Darius Miller. Boah, den hatte ich auch. Ja, deswegen wusste ich, wer das war. Ich weiß nicht, wer das ist. Darius Miller spielt. Ich glaube, was hat er gesagt? Nuggets. Ich guck mal nach. Für mich gar nichts. Ganz schlecht. Chandler Parsons. Rookie Autogramm. Houston Rockets. Komm mal her. Komm mal her. Zu Papa. Nee, das ist scheiße. Das kann ich denn nicht sehen. Echt? Chandler? Wir haben auch 10 gezogen. 25 gezogen. Komm mal her. Ich habe den hier. Ich habe den hier. Ich habe den hier. Ich habe den hier. Das sind die voll geiler Uniform. Oh nein. Mal gar nicht. So, haben wir oder was? Nein. Gibt es die? Ja, das ist die. Ja, das ist die. Das ist für mich. Ja, kannst du ja. Ich traue dich schon nicht. Kann ich mich nicht dafür, wenn du so langsam bist. Paul ist zu lang. Sind die Karten da drin für uns eigentlich? Ja, eben. Also, Kobi Auto war der Main-Hit. 1 of 1, Karwilana. 1 of 1, Karwilana hat. True Holiday. Wie, Doc Holiday? True. Für Kliefen war ja auch nicht viel dabei. Dion Waiter. Hat er den Hit schon wieder drin? Oh, Kameran, Autogramm. Redemption. Markiev. Moritz. Für die Sons. Meine. Und die letzte Karte. Checking the Fool. Okay, Wasser? Okay, that's it for the break. Thanks for joining. Ciao.